Hallo und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Ge... Bangbeasts. Wir spielen Welle. Also ich bin der, der... Der gerade so rumspringt. Benny ist der andere, der rote. Und wir müssen halt gegen die KI-Gegner kämpfen, die jetzt hier sind. Nein! Oh! Oh! Nein! Geh weg! Oh! Start! Warte, ich helf dir. Ich kicke es. Ich kicke es. Ich bin deinem Kindergehege. Das ist das Kinderfeld. Oh Gott. Nein, das ist das Kindergehege. Ich kicke es. Ich kicke es. Ich kicke es. Nein! Du hast uns einfach beide umgebracht. Nehme ich jetzt K.O. Schläge? Nein! Ich hab dich! Ich hab dich! Ich wollte dich rausholen! Ich wollte dich rausholen! Oh mein Gott, danke! Ihr doch hat eine Scheißfinger! Finger! Nein! 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 Ich hab sie! Ich hab sie! Lass sie! Komm bitte sterben! Sterbt mit mir! Sterbt mit mir! Ich hab euch! Ich hab euch! Ja! Ich hab einen K.O. geschlagen noch! Ich häng halt fest! Das schafft er nicht! Komm bitte stirbt, du! Ich hab den einen noch K.O. geschlagen. Ich hab den einen noch K.O. geschlagen. Bitte schlag um dich, Flo! Und springen und alles! Ich kann nichts machen! Ich drück gerade gar nichts und er macht halt diese Animation und egal was ich drück, er macht immer noch nur weiter diese Animation! Weis auf! Wir werden hier warten! Ok, komm ich rette dich! Komm! Warte! Jetzt machst du! Ich hab meine Roste entsoffen. Der kommt raus. Perfekt. Ich suche den Großen. Komm, bitte schlag mich da raus. Wie der sich denn so anschaut und einfach hält. Hä? Mit Lämmengleichheit K.O. bitte. Mann, Benni. Nee. Vielleicht, ja. Ja, ich bin frei. Nein. Komm schon, der Kleine da, schau mal den Kleinen da an. Ich möchte nicht zu den Großen hingehen. Ja, okay, sag ich, ich werde nicht da hingehen. Okay, der schlägt sich so ganz lang so aufm Kopf. Aber der hält sich gerade mit. Ja, ja, ja. Der geht rein. Ja, ja, ja. Er stirbt. Seine Hand, bitte. Ich nehme ihn jetzt einfach. Ah, er schlägt. Komm, ich nehme ihn wieder auf. Ah. Nein, ich nehme ihn wieder auf. Oh mein Gott. Ich habe... Oh, lol. Komm. Ja. 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 Okay, du komm raus. Du komm raus. Ich gehe rein und ich ziehe ihn rein, okay? Du darfst nur nicht sterben. Ich... 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 Komm, komm. Komm mit. Oh mein Gott, wird er so reinprügelt. Nein, 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 nein. Ich... Ich chill hier hinten. Und den werfen will schon. Loll. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich nehme euch hin. Ich habe alle drei. Ok, ich halte. Ja. Nein, nicht. Auch komm, nur sterben es bitte. Ja. Ja. Das schaffst du. Okay, komm. Komm. Ich muss mich kurz ein bisschen ausruhen, dann geht's los. Oh, da hat mich keine Hand! Nein, das ist ganz locker. Ich guck uns nicht immer gegenseitig. Ich gar nicht, ob jemand anderes da ist. Nein! Alter, diese ganze Haufen liegt auf mir drauf. Ja, wirklich. Was ist das? Was ist das? Das ist normal. Komm, bleib bei mir. Ich hab immer noch das, dass ich, äh, dass ich sozusagen Deja Vu, Deja, ja, Deja Vu's von Sachen hab, die ich noch nicht erlebt hab. Das ist immer noch sehr schlimm. Und ich versteh immer noch nicht, wie das so sein kann. Hey, man hat ja Deja Vu's von Sachen, die man, also ich mein, das ist ja normal. Deja Vu's sind Sachen, das, hä? Was ist das, dass du denkst, dass du grad, dass du schon mal genau so überlebt, erlebt hast, wie's gerade passiert? Nein. Nein. Ein Deja Vu ist doch, wenn du, oder Deja Vu, keine Ahnung, wenn du, ähm, wenn etwas gerade genauso ist wie schon normal. Ja, es ist, äh, es schon genauso ist wie schon normal. Doch, sicher. Dann hab ich nie Deja Vu's. Ja, und ich andauern. Und es triggert. Nein, warte, ich nicht. Ich nie. Nein. Ich hab halt, ich hab halt die ganze Zeit so, dass ich, äh, dass einfach ein Moment ist. Und das ist, und ich erinnere mich, genau das hab ich schon mal erlebt, aber es war nie so. Es ist nicht so, dass ich's schon mal erlebt hab. So als... Ja, das war in meinem Kopf immer die Definition von Deja Vu. Weil wir zu schön sind, zu schlau sind, zu schlack und rack, wär man bis weggekrieg. Nein, wie kann das sein? Nein. Ich werd nur festgehalten, du hast dich getötet, wenn ich dich... Hä? Ich meine... Vor allem, sie lassen mich los. Ich musste den Freund der an der Kante gegangen ist, die ich hingehen, mich bücken und nämlich nicht schlagen und dann wieder losgelassen. Nein. Nein. Er hat losgelassen. Er hat losgelassen. Ah, lass mich Dein nehmen. Nein. Sie will ihn nur retten. Ich seh's gleich, ich flieg gleich wieder über die ganze Map. Man, geh runter! Hä? Geh weg! Ich hab die K.O. geschlagen. Was ist mit Ria? Oh, warte, das ist jetzt... Ich halte die Tür zu. Hä? Oh nein, das Bild bleibt stehen. Was ist mit dir grad, Flor? Naja, wir fliegen halt rum. Ich hab irgendwas. Ich hab irgendwas. Ich bin gekillt! Ich hab einen von euch getötet! Komm! Das muss doch möglich sein! Komm! Runter! Jetzt hab ich sie gegen die Treppe glauben. Ne. Ich hab ihn nicht. Ah! Nein! Nein! Okay, Tötigung! Ich hab einen großen Stirn. Ja, das ist zu selten. Ah! Das muss ein großer sein. Ah! Ich hab ihn! Ah! Ich hab ihn! Ah! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Irgendwo ist! In der Ecke! Ah! Geh runter! Geh runter! Geh runter! Komm! Es ist nur der eine große! Wahrscheinlich nicht! Aber... Ich hab, glaub ich, nichts! Ja, ich hab nichts! Oh! Doch! Ich hatte was! Warte! Ja! Loll! Ich will einfach Instagram beschlagen! Komm! Ich kann dir sagen, wann er K.O. ist und wann nicht! Als ob! Ah! Bei mir liegen die Leichen... Jetzt sind die Leichen weg und ich bin wieder da! Als ob! Ich halt ihn da rein, du schlägst ihn! Oh! Ich versuch's, aber ich will halt nicht dich schlagen! Ja! So viel dazu! Komm mit! Nein! Nein! Der Kleine überlebt doch noch! Der hat sich mit einem Schnurrbart jetzt gehalten! Oh! Wirklich ziemlich Ecke zwängen! Wurde jetzt verpackt! Nein, ich hab ihn entpackt! Alter! Ich bin wieder raus, ich bin wieder raus! Ich bin wieder raus! Ich hab nichts machen! Und irgendwann... ...nimmst du mich jetzt kurz einmal... Alter, die halten mich mit mir fest! Der Polizist schlägt ja nicht mehr richtig! Ich bin hier einfach in der Tür schon! Ich bin noch da! Alter! Meine Taktik schon ist es! Wuhuu! Wuhuu! Alter, der Frau sie ins Gesicht! Komm! Nicht so unterfallen! Nein! Oh mein Gott! Ich bin da! Ich bin noch da! Ich bin noch da! Das war's mit diesem Gangbeasts Video! Ich hoffe es hat euch gefallen! Beim nächsten Mal schicken wir dann halt den Spiel gegeneinander auf ganz vielen verschiedenen Maps! Weil bei Miele gibt es halt viel mehr Maps als bei KI! Weil, warum nicht? Und ja, bis zum nächsten Video! Ciao! Aufregie gibt es auch. Jetzt... boligzischenούll in Verfahrt! ach,ics respectedする... Das Auge gibt mir Kraft! Ja, rein! Ihr geht jetzt verlieren! Waltz geworfen Sie mich jetzt will zwischen den B Was hast du bitte für krasse Muskeln? Was war das? Ja, schau mal mein Geschwistern. Das ist Muskelkraft. What the fuck? Der Lieberlifter ist da irgendwie drauf. Ich würde gar nicht merken, weil ich wach bin.